Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TTT mit Peter, Kesselbach, Brammen, Rosaton und der Hadi. Hallo. Hallo. Ich muss noch sagen, und mir. Und mir, dem Jay. Stimmt, Entschuldigung. Vielen Dank fürs Einschalten. Hab ich auch noch vergessen. Ja, das ist die Mega-Beschäftigung, die wir hier haben, Christian. Ich hab einfach Slash-Follow eingegeben. Echt jetzt? Jetzt läuft der automatische Team. BOW-Style. Guck mal, ich bin gleich schon wieder bei dir angekommen. Ich hab keine Lust mehr. Hast du aufgegeben? Brammen, Brammen. Ja, Brammen. Komm ich nicht zurück, hier ist Feuer. Aber alles ungefallen ist ja Shit. Was war denn das für ein Shit? Hadi war das... Smoked. Wie du das. MAU. Wir hatten da Damage gekriegt. Ach, Leute, ich hab Damage gekriegt. Echt mit dem Kopf her, Hadi. Wui. Alter, töte mich nicht mit den Dingern. Wir haben hier die ganzen Waffen weggeklaut. Hadi, hast du mir nicht einen Insta-Tag? Nein. Ich schmeiß dir jetzt auch einen runter. Nein. Alter! Ach, komm, ich schmeiß mit, ey. Komm, weißt du, wenn ich jetzt schon alle... Ey, was zum Fick? Das war Christian. Ja, sicher. Du hast einen auf mich geschmissen. Ich hab einen auf dich geschmissen. Ey, ihr wollt mal so gar nicht. Ich war sogar noch so nett und hab die angekündigt. Der hat auch eine... Ich hab auch mit geschmissen. Ja, er hab auch mit geschmissen. Jetzt geht los. Jetzt werfen sie alle. Wenn alle machen, darf ich dann auch. Wenn alle machen, darf ich dann auch. Wenn alle machen, darf ich dann auch. Weißt du, auf Hadi zielt schon hier reden. Ja, ja. Gib gleich... Was Hadi schießt, rüsst denn Hadi. Das ist Hadi vorder. Hadi ist auch weg. Oh, Hadi schießt. Ja, sie schießt. Ja, sie schießt weg. Wenn du mir Schaden machst, kriegst du dann zurück. Wenn du mir Schaden machst, gib direkt auf die Fresse. Oh, da kommt der Nächsten. Komm, weißt du... Alter, jetzt beschmeißt mich doch nicht mit dem ganzen Scheiß hier. Hier, ich beliefer euch. Ich beliefer euch. Ich hol mal wieder neuer. Geil, wie einfach. Wow. Ey, ihr werft sogar instantanisch die runter. Bisschen witzig, ihr seid ja schon gerade. Ihr seid ganz schön behindert im Kopf seid hier. Das seid ihr. Ich hab noch einer. Ja, ja, ja. Ne, brav, nicht hier. Ey! Lol. Alter, ich bin schon wieder da rein. Na, NATO City oder was? Ich hab noch einer. Da ist ne Bombe aufgelanget. Alter, die darfst du aufsammeln, du Lutscher. Hier ist ne Bombe. Ich bin hier oben und du hast ne Disco hier hingeworfen. Aua! Ja, nein. Ich hab die gegeben. Wie die ganze Zeit schon. Ich hab die ganze Zeit Leute hier hingebracht. Da. Wie kann man aufsammeln, du Lutscher? Wie kannst du denn Leute hier... By the way, ist Jake gestorben. Möcht ich nochmal ganz kurz sagen. Von wem denn? Wow. Ja, von der Bombe, Mann. Warum schießt er auf mich? Ja, weil du mich mit den Scheißdingern bewirbst. Moment mal. Ich bin das nicht. Alter, der ist gestorben. Hahahaha. Alter. Hahahaha. 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 It's shot in your face. Hau den weg, Sepp. Jawoll. Schön gemacht. Schön, dass er sich den Sniper noch genommen hat. Der läuft unten in den Vent rein. Ins Mäuseloch ist der gelaufen. Unten rein. Ja. Unten in den Vent. Gelaufen? Geläuft. Ja, kommt nochmal Radar. Jetzt fliege ich. Jetzt fliege ich. Der kommt hoch, glaube ich, oder? Pass auf. Kann sein. Peter war auch so geil. Moment. Jetzt rede ich. Hahahaha. Hahahaha. Und bumm, da war er auch schon weg. Boah. Hier. Hadi siehst du jemanden. The fatal wound was a headshot. Ah, dann habe ich Peter weggeknallt. Und du hast Bram weggehauen? Ja, stimmt. Ja, irgendwen. Ich glaube beide. Hahahaha. Da habe ich Peter richtig schön in die Fresse gestoppt. Der ist unten, Hadi. Der ist unten. Unten? Okay. Der ist unten, unten am Legohaus. Okay. Wahrscheinlich wieder in den Vent rein. Der schießt doch. Der schießt doch. Der hat sich zwei Stück eingefangen, ist unter den Regalen drunter. Unter den Schubladen. Also, du musst den eigentlich nur noch anhusten. Sepp, geh mir nicht drauf. Wo ist der? Alter. Der ist da unter den Schubladen. Der ist wahrscheinlich wieder im Vent drin. Mach keinen Scheiß mit dem Ambus-Ding, ey. Das ist geschenkt. Was? Ja, wenn du drauf gehst, ich... Ohne Spaß. Dann lache ich mir. Ja, wow. Das ist, das ist wie auf dem Silbertablett jetzt gerade. Der ist hinten durch im Vent. Sniper da. Ganz hinten in der Ecke. Okay. Ganz hinten ist im Vent. Richtung, aufwärts. Okay. Alter, der wird direkt... Nice. Alter, der wird direkt... Alter, der wird direkt gehen, ey. Auf die Infernung mit der Wichs-Shotgun, ey. So ein Witz. Na, Peter hat ja das geschmeckt. Das war lustig. Das ist so frustrierend. Boah, diese Scheiß-Maube, ey. Die war auch noch voll behindert geplantet. Das war hundertprozentig selbst. Können wir mal jemand erklären, wie ich als letzter... Ich war nicht mal Punkte gekriegt hab. Ich hab auch auf Hadi... Hadi hab ich Schaden gemacht. Hab ich auch keinen Punkt dafür gekriegt. Ne, du hast mich nicht getroffen da unten. Natürlich, ich hab die D-In-Sendary reingeworfen. Ja, gut, D-In-Sendary, das stimmt. Aber du hast mich halt da unten, wo du geschossen hast. Wärst du damit keinen gehittet irgendwie vernünftig? Das ist so frustrierend. Ich würde auch so gut snipern können, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Was ich bei Hadi halt nicht verstanden habe. Wenn du dir mal zuguckst während der Snap hat, ist der halt mit dem roten Ding... Richtig! Voll geil! Der zielt immer... Und du bleibst auch nie stehen oder so. Du bewegst dich die ganze Zeit. Das ist einfach reine Intuition, wie ich schieße. Ich bleib weder stehen noch... Irgendwie keiner... Ich kann das kaum erklären. Aber auch... Scheiße. Christian mag mich töten... PISS nicht, Peter... Wird scheiß mega nett. Hallo, Han. Ich muss jetzt gucken, ob hier Bomben irgendwo geplant sind. Gerade wegen so einer Scheiße gestorben. Jetzt bläntet sich bestimmt hier keiner. Na, Christian? keinen scheiß machen ich habe ich habe ein diskombulator ich werde gerade durchs regal alter christian hat gerade halt einfach weg gesnackt der mit discos rumwirft muss traitor sein aber schön wie angepisst die bestimmt ist ich glaube der hat gerade gelacht kurz leise ich glaube der war gar nicht so angepisst aber hier der möchte ich übrigens mit plattformen aber das weiß ich auch nicht ist ruhig sein der teufel ist gerade passiert alter dann hebt er den über die kante will gerade mal tata machen und dann fällt ist er auch getötet worden oder was wovon ist der gestorben der ist von oben runter gefreut wodurch ist der gestorben ist der gesnipert worden ne moment peter hatte ne sniper ja das richtig er stand aber neben dir christian ich hab dem nebst bestimmt nicht weg gehauen ja peter ist satt christian hat also j oder peter ok ok gut dann war peter für mich logischerweise ja dann geh den mal suchen ich geh den mal suchen weil selbststand neben mir ich hab den schuss nicht gehört ja gut dann wird das ja wohl ich hätte ich konnte ihn zwar sehen ich konnte zwar das ganze mitverfolgen irgendjemand schießt hier auf mich wurde geschossen ja peter wo ist der denn unterm bett ach da unterm bett alter peter man easy hoffentlich hab ich den kill gemacht moment moment hauptsache hab ich den hä hä ich hab ihn glaub ich gemacht ja aber warum ist das spiel nicht vorbei bei mir bei mir kam nicht ja das dauert glückwunsch traiter haben gewonnen äh innocent aber sorry peter das sah einfach zu königlich aus als bram den da runter werfen wollte der fängt sich direkt ich wollte dich gar nicht da runter werfen ich wollte dich auf die kante setzen das sah aber super lustig vor allem die einfach vorne rüber gekippt in so ner blutwolke das sah schon sehr königlich aus und dann fielen beide simultan da runter das war super lustig war schon ich hab aber auch nur nen headshot raus gehauen weil bram gestanden hat ja weil ich war voll damit beschäftigt den typen zu fixieren weißt du nicht aber so ne so ne situation hätte ich halt auch eiskalt ausgenutzt peter kann ich nur verschneiden musste sein vor allen dingen hat die war schon tot da dachte ich mir dann versuch sie jetzt ein bisschen zu sniper hab natürlich auf die fresse gekriegt ja learn what we're doing ne also was soll ich machen alter doch nichts da vorne an die kante werfen warum denn ne ok ich mach die wieder aber manche leute lernen es halt nie ne ja vielleicht lerne ich es nie aber ich würde es wenigstens versuchen ich kann nicht einfach aufgeben aber heidi ist wahrscheinlich so ein naturtalent so in der art sowieso wie bei mario kart er ganz gut mal war ja wir fliegen ne runde ich hab nur alter braun was soll das voll gutes material glaubst du dich doch nicht gesehen was denn was passiert ich hab ich hab hrdi ein bisschen geärgert wieso kann ich denn hier nicht fliegen wieso willst du fliegen mit dem grippelhook weißt du nicht die fliegen die fliegen alle irgendeiner schmeißt zurück ich glaub hrdi was alter alter ich hab nur ne smoke geworfen ich hab nur ne smoke geworfen die erlernt hat eigentlich mal ah dann war dann hrdi wieder ja kann sein ja ich schmeiß die ganze zeit schon die dinger hier hoch die hier unten liegen weil da wartest du denn wenn du mir was hinterher hast ne ich wollte nur für christian als info hrdi war da ja ist ja ok ich war da ich hab keinen schaden gekriegt keine angst ja sehr gut war knapp sagen wir mal so na peter wo bist denn du weg zu rotzen jetzt schießt peter auf mich der war innocent ja und der hat auf dich geschossen ich hab dich gerecht und jetzt bin ich der schuldige ja warst du gerade auch da hast du mich auch gerecht in anführungszeichen und da warst du der traitor sehr schön leg dich nicht mit mir an peter du verlierst ja verliere ich wahrscheinlich macht ihr mal eure scheiße am ende gewinnen chris und sepp toll ja wir halten einfach die klappe und dann ist ihr macht euch weg wobei kann ich doch gewinnen ja wir sind doch gerade immer nur vier runden ja wir haben echt noch vier runden noch alles drin sorry hrdi aber wir ballerst doch schon wieder rum weißt du das genau wie mit sepp früher da muss er halt weg da muss er halt weg jetzt lasst doch jetzt macht doch nicht dem spiel spaß bei hrdi kaputt finde ich nicht in ordnung weißt du weiter bram lasst one on one machen scheiß drauf wow 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 jay wie lange lasst one on one wer cheatet denn da mit der autosniper jetzt ballern die da echt rum nice wer ist gestorben moment, kann ich das? kriegst das bram wahrscheinlich ok lass mich den wenigstens gucken sepp hat eine Brombe geblästet ahhh sepp ist tot ne sepp lebt doch oh shit alter wie viel was ist denn das für eine runde traf ich loll ich hab keine motivation ne der hat ne bombe oben hin geklebt die kluge sau so jetzt ist er tot sepp ist tot und ne bombe christian ist doch wer andere wo ist denn christian? sehr gut peter kannst mir wahrscheinlich nicht mehr sagen naja was ist das die jahr ja das war christians äh seps bombe ne seps bombe ne sepp ne sep gelegt. Also rangeklebt. Immerhin. Aber so, dass man halt im dunklen Wenk halt das mit dem roten Ding super sieht. Mit der roten Schrift. Mein Nase juckt. Dann bleib doch mal stehen. Ja, hab ich gerade. Oh Gott! Boah, scheiße, Mann! Nicht cool. Gar nicht cool. Peter und Bram. Gar nicht cool. Alter! Komm, dich da drunter jetzt holen, oder? Hast du mich hart erwischt, Mann! Sauna-OG? Ne, wieso? Ich gehört, ob du den nachgeladen hast. Das war ich nicht. Achso. Ich hab echt nicht nachgeladen. Aber du hast die doch aufgenommen und die Waffe gewechselt. Dann lädt er die doch einmal kurz durch. Da ist er! Nein! Boah, nein! Du hast im Ernst gehört? Woher gelaufen seid? Du hast im Ernst gehört, dass der eine AUG hat? Ich hab nicht mal nachgeladen. Ja, weil ich die kurz vorher selber aufgenommen habe. Ich hab die gar nicht nachgeladen. Nein, das ist Christian. Aber gut. Hat's, hat's, ne, ne, ne. Nee, nee. Wenn du die aufnimmst, wann verstehst du das endlich? Wenn du die aufnimmst, dann zieht er die immer durch. Der lädt die nicht nach. HD ist nicht gut, ne? Da opfere ich auch gerne mein Spiel für... Hat eigentlich noch jemand auf Bram geschossen? Ja, ich. Dann hast du den weggemacht, nicht ich. Sagt er ganz stolz. Ja, das ist unmöglich gewesen, dass ich dem so einen Headshot gegeben habe. Opfere ich auch gerne mein Spiel für... Du fängst den. Weil ich, als der umgefallen ist, gerade in der Deckung war. Achso. Du fehlst das Schieter, ey. Die Kugelflug einfach ein bisschen lachsamer. Und deswegen, wenn ich das gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, dieses Sniper-System ist einfach nur behindert. Ich bin sicher... Hallo. ...Motion weggesnackt hast. Ja, die will ich nicht. Oh, nee, jetzt geht die Runde los. Jetzt krieg ich auf den Sack. Hallo, Bram. Ich hab ein Standbild gerade? Das ist noch nicht gut. Hallo, Bram. Peter steht. Alter, wer war das? Alter. Wer war das? Was? Die sind hier gerade einmal querlich in den Raum geflogen. Wie gut, dass ich ja ran stand. Hast du die hochgeworfen? Ja, genau. Keine Ahnung, von wo die kamen. Ja, nur eine Frage. Vorsicht, Chris. Da ist wieder eine. Ja, die hast du doch selber geworfen? Nee. Hab ich... Alter. Hab ich gerade Sip-Eschossen. Alter, das gibt's noch nicht. Ach, komm! Du hast gegen eine Pistole verloren, Alter. Was denn? Ich hab Heidi weggemacht. Der hat Sip-Eschossen. Oh, nice. Die Runde geht nicht mehr weiter. Hä? Ach so, Peter ist weg. Peter ist nicht mehr drauf. Ich joinne nach. Ach, Heidi, aber Traitor. Ich war... Ich war in der Fall. Muss ich das jetzt hier machen? Du musst es noch laden. Oh Gott. Nein! Nein! Ich hab alle Leute weggemacht. Ich hab Bram mit der Disco... Ich hab Peter und Sepp weggemacht. Ich hab Bram weggemacht. Das war auch geil stand. Weil Jay noch schreit. Ihr Volgenmann habt ne Disco geschmissen, weißt du? Und du Trottel rennst dann auch noch... Und das ist das Ding, dass du dann runterfällst mit der Disco. Das war doch voll dumm von dir. Äh, ganz ehrlich, da verloren zwei. Und eine Fluchrichtung zieht ein Polizeiauto. Und dann dachte ich mir, cool, dann kann ich mir meine Waffe holen. Nice. Tut mir übrigens leid, dass ich gerade gesagt hab, dass ich Innocent war. Aber ihr meintet, die Runde geht nicht weiter. Und ich dachte, der Server wäre kaputt. Ne, passt ja. Wieso sollte der Server kaputt sein? Du bist ja nicht der Server-Macher. War halt einfach... Null Punkte, ist ja ganz schön schwach. Aber bist du mal im Vorbram? Besser als Minus-3. Ich hab Minus-3, weil ich Hadi, den Ungerechten, im Spiel Spaß kaputt mache. Den Ungerechten? Hadi, den Ungerechten, das ist so ein Lore-Titel. Hadi, den Ungerechten, Adi, den Ungerechten. Ah, das klaff ich aber noch. Ja, wenn du mich jetzt dauerhaft random killst, vielleicht, aber... Alter. What den? Okay. What den? Ich darf mich hier wohl hinstellen, oder? Ja, klar darfst du. Glaub ich hier oben oder geh ich runter? Ich bin mir nicht sicher. Also, Bram, du bist auch schon wieder gerade ganz schön. Alter, Chase! Leute, ich hab den... Oh, jetzt darf ich mal kurz rekapitulieren. Der hat mir voll einen reingedrückt und ich hab den mit... Ja, guck doch, was der ist. Der ist hinter die Lücke gefallen. Ich kann den da nicht hin. Kommt man da nicht hin? Nein, der ist hier... Hier. Da. Bram verpiss dich. Bram hat übrigens ganz viele Discos in eure Richtung geworfen. Also, wenn Jay tatsächlich Traitor war, dann muss ich sagen, Glück gehabt. Geil, ich stehe den. Welche Rüste ist der denn gefallen? Freund, ich spreng den da raus. Der ist zwischen der blauen Wand und dem Karton. Versuch den da rauszustrengen. Achtung, jetzt kommt ein Karton. Kennt das noch jemand? Da kommt man nicht hin. Aber wenn der zuerst auf dich geschossen hat, dann muss der ja schlechter gewesen sein, oder? Ja, keine Ahnung. Der hat mir auf jeden Fall ordentlich Damage gemacht. Zack, Spiel. Bram ist weg. Hau ab, Christian. Hau ab. Nein. Na. Was? Was denn da? Scheiße im Sniper, das tut echt weh. Das hat aber echt gerade weh getan. Was ist denn mit der Mr. Peter? Unten. Der ist am Lego-Haus. Moment. Seid ihr beide noch Traitor? Nee. Ah, schön Richtung Bett, Peter. Ey. Boah, nice. Boah, nice. Sehr nice. Alter. Ich wollte ja jetzt warten, bis das mit meiner Bombe läuft. Das ist so nervig. Ja, und du hast dir fünf Sekunden Zeit gelassen, um auf die Idee zu kommen, mich zu killen, oder was? Ja, ich musste erst mal überleben. Ja. Durch die Dischung. Dann hab ich mir gedacht, okay, töte ich mich jetzt dafür. Ja, bist du selber schuld. Ja, und dann hast du mich richtig krass getötet. Alter, ich hab minus sieben Punkte bekommen wegen dir, du Spacko, ey. Verdient. Ja, weil, also einfach nur der Info halber, ob das... Du bist auch ein Random Killer, Hardy. Wir haben Arsch. Verdammt, wie weit die wirklich geht, ne? Bram ist einfach weg gewesen. Du bist ein Random Damage Maker. Random Damage Maker. Das kann ich leider dazu lassen. Das ist so ein amerikanisches Exportprodukt, der Random Damage Maker. Ja, geil. 45,99. Und gerade dazu kriegen die die tolle Waffe. Mit der die jeden One-Shot-Killen. Ja, bei Walmart wird es 20 Dollar. Fucko. Die stirb. Die stirb. Und ich spasse mich jetzt auf. Alter, bist du bewirfst? Du bewirfst mich doch selber mit Shit. What the fuck? Ey, Bram, du bewirfst mich nur mit dem Scheiß. Die Runde ist ohne Spaß, weißt du? Die Runde ist 5 Sekunden alt, ja? Und dann geht es noch mal schon. Hör auf damit! Du tötest mich! Du tötest mich, Junge! Mit deinem Scheiß-Disco. Er hört mal auf die Insta, der ein bisschen runterzuklatschen. Ja, Bram beschießt mich halt. Ja, du tötest mich! Aua! Angefangen mit dem Schießen! Alter! Ihr seid so... Wer hat euch so eigentlich so hart ins Hirn gefällt? Ja, natürlich ist Bram tot. Ich hab den ja weggehauen. Der beschmeißt mich mit Discos und auf mich geschossen. Wow, super. Wieder minus 7 Punkte. Danke. Ja, Blapo. Nee, das war so schlecht gespielt. Das war ein Disco. Wieso? Was? Weil das mega schlecht gespielt war. Sepp, wieso wirst du da eigentlich Discos hingefangen? Ah! Was denn unnötig ist? Wieso ist Christian tot? Ja, die war Traitor. Richtig schlecht gespielt. Verdient. Aber wieso ist Christian deswegen gestorben? So, Fiesch oder Sepp, einer von euch ist es. Peter! Ja, gut. Oh. Und Sepp hat's wohl verkackt. Tö-dö! So, Peter, möchtest du snipern? Ich hab leider gerade keine Sniper. Dann hol ich mir eine. Ich hol mir auch eine. Okay, dann hol ich mir auch eine. Okay. Ich seh dich sogar. Aber noch nicht schießen, ich hab noch keine Sniper. Ja, ich hab nicht mal eine. Ich weiß nicht mal, wo hier eine ist. Ich hab tatsächlich... Also, du musst mich nur noch anfurzen, dann sterbe ich. Aber das ist mir jetzt schon egal. Aber du kannst mir trotzdem... Ich muss erst mal eine finden, die gibt's keine. Adi, wo sind denn immer hier die Sniper? Also, ich hab jetzt eine. Die Sniper, so. Am weißen Auto hinten nochmal. Nee, da waren schon keine mehr. Ich hab jetzt hier eine... Nee, die Autosniper ist unfair. Das ist doof. Adi, ist auch geil. Wo sind die denn immer? Ist da hinten in der Ecke ist eine immer, glaube ich, oder? Wo platzieren wir uns denn am besten? Keine Ahnung. Du findest mich gleich und ich finde dich gleich. Nee, pass auf. Du gehst aufs Bett und ich geh hinter die... Du gehst hinter den Laptop und ich geh hinter die VHS-Kassetten, okay? Das ist ungefähr gleiche Höhe. Damit ist nicht ähnlich. Du darfst dich also hinter die tausend Mauern verstecken und ich bleib offen auf dem Bett hinterm Laptop. Laptop, du Idiot. Ich kann auch hinter den Laptop gehen und du hinter die VHS-Kassetten. Ja, ich find nicht meine Sniper. Ich glaube, wir müssen das gleich abblasen. Ohne Scheiß. Hardy-Sniper. Willst du mich verarschen? Hardy-Sniper. Ich vollidiot. Also gehst du hinter die VHS-Kassetten... Nein, ich geh jetzt einfach irgendwo hin und ich töte dich jetzt. So, ich hab dich. Lass mich auch... Alter. Alter, fick dich. Fick dich doch. Jetzt ist es schon ganz schön fairer mittlerweile. Boote. Wie Boote. Boote. Quote. Quote? Also, ich wette. Nichts. Wo ist der denn? Oh, no. Wow, ich bin richtig scheiße. Wo ist der denn? Alter, ich geh wieder rein. Ich weiß nicht, wo der ist, Mann. Der steht hinter dem und schießt dem die ganze Zeit. Wahrscheinlich tut Jane nur so. Alter, nein, Mann. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist jetzt nicht gesagt. Ach, Quatsch. Ja, weiß der immer noch nicht, wo der ist. Das weiß der aber nicht. So, geht's. Ich bin so scheiße da drin. Dann hat's doch echt nicht verdient, ey. Alter, wie ich den nicht gesehen habe. Und Hardy, du bist so ein schlechter Schauspieler. Ja, das war ein mega schlechter Schauspieler von Hardy. Ja, in dem Moment war ich etwas überfordert. Aber hast du mir trotzdem noch einen schönen Reingedrücken. Mal hier. Sag nicht schön. Jetzt habt ihr euer scheiß Kakariko in der nächsten Runde. Wer war der Beste? Chris mal wieder. Ja, Glückwunsch. Ich gehe auch mal eben auf Klo. Ja, geht dir mal alle auf Klo. Haut rein, schau. Ja, auf Klo. Kacken.